Ja, hallo und herzlich willkommen zum OKR Champion Panel. Mein Name ist Matthias Böhni und ich habe die Ehre, mit unseren OKR Champions oder zumindest mit drei davon heute ein spannendes Gespräch zu führen. Ich freue mich schon wirklich drauf, mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, gerade eben diese Rolle von OKR Champion zu beleuchten, weil das ja vielleicht vielen nicht so gängig ist oder sie auch nicht wissen, was dahinter sich verbirgt und das wollen wir heute ein bisschen beleuchten und was kann es da Besseres geben, als die eigentlichen Experten dazu zu befragen und da auch ein Gespräch zu führen. Und deswegen begrüße ich heute meine Gäste, unsere drei OKR Champions hier. Vielleicht könnt ihr euch selber nochmal ganz kurz vorstellen für die Zuschauer und Zuschauerinnen, wer ihr seid, aus welchem Unternehmen ihr seid und genau was das Unternehmen vielleicht auch macht, dass wir so ein bisschen den Background von euch so ein bisschen kennenlernen. Wer mag anfangen? Hallo. Ah, super, hallo. Ja, okay, danke. Ich bin Marco Tonietti, ich bin bei Biognosis seit 2020 als Training. Ich komme aus einem Biochemiker Background und seit etwas fünf Monaten bin ich OKR Champions. Wir sind ein internationales Biotech-Unternehmen mit etwas 100 Mitarbeitenden und wir sind in der Proteinmessung tätig mit Massenspektrometern und wir machen einerseits Software und Kits für Leute, die Massenspektrometer haben, um die zu unterstützen und gleichzeitig für Leute, die keine haben oder nicht Experten sind, messen wir die Samples selber für unsere Kunden, so für Pharma- und Biotech-Unternehmen. Und genau, das ist mein Background. Vielen Dank dir. Okay, dann übernehme ich einfach mal. Hi, ich bin Judith Altmark, ich bin bei BabyOne tätig. Wir sind ein Franchise-Unternehmen mit knapp über 100 Filialen in der DACH-Region. Kennt uns, wenn man Kinder hat, meistens schon. Bei uns gibt es alles für die ersten vier Lebensjahre und ich arbeite in der Franchise-Zentrale in Münster. Wir haben da knapp über 160 MitarbeiterInnen und ich bin offiziell vom Jobtitel Change Managerin und verantworte unter anderem das Thema OKR und das seit knapp über zwei Jahren. So lange arbeiten wir schon mit OKR. Wow, da sieht man schon auch die Zeitspanne. Recht neu, sehr lange. Vielen Dank. Cool. Ja, dann Lisa. Genau, mein Name ist Lisa. Ich arbeite bei Swagelog Stuttgart. Wir sind auch ein Art-Franchise, sage ich immer. Wir sind eine eigenständige Vertriebsniederlassung für hochwertige Fluid-Systemkomponenten. Wir vertreiben ausschließlich Swagelog-Produkte, haben aber einen US-Mutterkonzern, über den wir dann auch unsere Produkte bekommen. Also wir haben den Charme eines kleinen mittelständischen Unternehmens mit knapp 45 Mitarbeitern bei uns am Standort, haben aber im Hintergrund den US-Konzern, der dann doch auch einiges noch leichter macht und uns ermöglicht. Ich bin bei uns zuständig für den gesamten HA-Bereich, also offiziell vom Jobtitel HA-Manager und verantworte nebenher auch noch die ganzen organisatorisch-strategischen Themen. Bin jetzt seit zwei Jahren im Unternehmen und seit, ja, guten eineinhalb Jahren als OKR-Champion tätig. Hab quasi dann mit Start im Unternehmen auch direkt die Rolle übernommen und ja, seither machen wir auch OKR. Ja, cool. Vielen Dank. Du hast schon ein bisschen so ein Stichwort. Seitdem macht ihr OKR gegeben, weil was mich jetzt erstmal brennend interessieren würde, vielleicht mal so, um da in das ganze Thema reinzukommen. Warum hat euer Unternehmen OKR eingeführt? Was war denn so die Motivation dahinter? Vielleicht könnt ihr das mal so ganz kurz für unsere Zuschauer, Zuhörer beleuchten. Judith, du bist ja schon recht lange dabei. Kannst du dich noch daran erinnern, wie ihr damit angefangen habt und was denn da letztendlich erstmal die Grundmotivation war und wie ihr dann euch entschieden habt, dann auch eben weiterzumachen und dran zu bleiben? Ja, ich musste tatsächlich gerade so ein bisschen überlegen und schon schmunzeln, so ach, damals vor zwei Jahren. Ja, es sind schon ganz viele unterschiedliche Dinge gewesen. Also wir hatten so ein paar Kernpunkte, würde ich sagen, warum wir das Ganze gemacht haben und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das im Vorhinein zumindest ein Stück weit überlegt, warum man das tut, weil es ja schon einfach auch viel Arbeit bedeutet für die Organisation. Ich glaube, bei uns war Fokus tatsächlich das Wichtigste. Also wir hatten das Gefühl, alle immer überarbeitet, immer überlastet und vor allen Dingen immer an zu vielen Themen gleichzeitig dran. Also es gab so viele parallel laufende Projekte, die ganzen Abteilungen, alle hatten auch irgendwie unterschiedliche Themen, an denen sie gearbeitet haben und wir haben uns da super schwer mit getan, wirklich mal zu gucken, was steht denn für uns als Organisation jetzt eben im Fokus? Was wollen wir denn erreichen und das eben auch miteinander erreichen? Weil es eben viele Projekte gibt, die ja auch nicht nur von einer Abteilung getrieben werden, sondern eben verschiedene Leute brauchen. Und da brauchten wir irgendwas, wo wir sagen konnten, das sind jetzt unsere Ziele für dieses Quartal als Organisation und für uns als Abteilung. Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen der zweite wichtige Punkt, die dann miteinander in irgendeinem Prozess abgestimmt werden. Also wir brauchten eben dazu auch nicht nur die Struktur, sondern dann auch den Prozess, der uns hilft, wirklich zu gucken, was sind unsere Ziele, was wollen wir erreichen und wie sprechen wir darüber? Wer spricht wann mit wem darüber, darüber, dass man eben auch nicht zehn verschiedene Meetings irgendwie hat, die eigentlich alle das Gleiche machen, sondern eben so wie wir es jetzt haben, eine klare Struktur in einen gegossenen Prozess, der jetzt für alle auch klar ist. Wann wird über Ziele gesprochen? Wer spricht wann mit wem über Ziele? Dann committen wir uns und dann läuft das Quartal auch. Ich glaube, das waren so Fokus, Struktur, Prozess, würde ich sagen, so die wesentlichen Punkte, warum wir es mal eingeführt haben. Cool, super. Wie war es bei den anderen? Vielleicht, weil das so eine gute Zusammenfassung du schon gemacht hast, das war genau, wieso wir OKRs eingeführt haben. Wir sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Wir waren noch eine Start-up kurz davor und damals in einer Start-up alles läuft sehr, sehr glatt, ist ganz einfach zusammenzuarbeiten, weil man hat ein Ziel und alle arbeiten dran. Und wenn wir dann so gewachsen sind, die Prozesse, die man hatte, haben nicht mehr so geklappt, wie man gerne hätte. Und eine der Hauptthemen war wirklich, wie unterschiedliche Abteilungen zusammen absprechen, um dann ein gesamtes Ziel zu erreichen. Und das war mit die vorherige Planung, das wir hatten, das war einmal im Jahr, das war viel zu wenig und viel zu wenig agil und zu wenig kundenorientiert schlussendlich. So, das war der Hauptgrund, um OKR einzuführen. Also Kundenorientierung, höre ich gerade raus, ist nochmal so ein neuer Aspekt, den man da noch zu Judith hinzuführen. Bei euch ist es wahrscheinlich auch so Judith, aber jetzt nochmal so in der Zusammenfassung. Lisa, wie war es denn bei euch? Ja, also bei uns war tatsächlich der Hauptgrund, ich war am Anfang auch etwas fasziniert, weil wir ein Unternehmen sind, wir haben wahnsinnig viele Ideen. Also wirklich jeder Mitarbeiter kommt mit Ideen, mit Verbesserungsvorschlägen und wir hatten einfach den Eindruck, wir haben 100 Projekte, an denen irgendwie gleichzeitig gearbeitet wird, aber keins davon wird einfach zu Ende gebracht, weil dann kommt wieder eine neue Idee, die man dann weiterverfolgt und dann bekommen wir natürlich auch noch Anweisungen aus den USA, die wir weiterverfolgen sollten und wir wussten gar nicht, was machen wir denn jetzt zuerst und was können wir vielleicht einfach ausschieben. Also ich hatte wirklich das Gefühl, die Leute haben teilweise auch Angst zu sagen, das ist jetzt zwar eine coole Idee, aber die kann jetzt auch mal noch ein Jahr warten. Also da haben die sich wahnsinnig schwer getan und die sind dann parallel gelaufen, was dann einfach dazu geführt hat, dass wir 100 angefangene Projekte hatten, aber keins wirklich zu Ende gebracht. Und das war dann wirklich so der Hauptgrund, wieso wir dann auch OKR eingeführt haben. Okay, vielen Dank. Also der massive Overload war bei euch so ein bisschen, ne? Ist ja eigentlich ein Luxusproblem, so kreative Leute zu haben, aber man muss das natürlich auch irgendwann mal fokussieren. Ja, cool. Ja, und jetzt habt ihr dann eben dann euch entschieden, als Unternehmen OKR einzuführen und irgendwie kam ihr ja dann ins Spiel. Ihr heißt ja oder nennt euch OKR Champion. Vielleicht würde mich mal grundsätzlich interessieren, wie ist oder wie sind eure Unternehmen auf euch gekommen oder wie habt ihr davon mitbekommen von der Einführung und dann letztendlich auch so diese Anfrage, hey, möchtest du unser OKR Champion sein? Wie ist es denn da bei euch dazu gekommen? Lisa, wie war es denn bei dir? Also bei mir war es tatsächlich ganz spannend und ich habe neulich erst wieder drüber nachgedacht, weil ich habe mich dann beworben und habe den Job angenommen und zwischen dann Zusage und Jobanfang sind ja dann nochmal drei Monate vergangen wegen meiner Kündigungsfrist und dann hatte ich meinen Kennenlern-Termin dann mit unserem Geschäftsführer und ich hatte davor, also ich habe im Background schon eine Moderatoren-Ausbildung gemacht, immer mal wieder auch schon Workshops moderiert. Also das wussten die und dann wurde mir eben im Vorstellung oder in diesem Kennenlern-Gespräch, hatte ich dann gesagt, hey und hier, wir würden gerne OKR einführen, ich würde dich da gleich mit ins Boot holen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du unser OKR Champion wirst. Und ich habe mich dann eingelesen und ich fand das einfach richtig cool. Ich mache sowas auch gerne. Ich habe auch kein Problem damit, vor Leuten zu stehen und auch viel zu reden und auch mal eine Ansage zu machen und ja, so bin ich dann eigentlich dazugekommen und was dann natürlich tatsächlich am Anfang auch mein großer Vorteil war, ich war ja total unvoreingenommen. Ich kannte die Leute noch nicht wirklich, ich kannte die Prozesse, die Strukturen, die teilweise sehr, sehr eingefahren waren dann doch auch, kannte ich gar nicht und habe dann natürlich teilweise auch sehr kritische Fragen stellen können, die dann doch auch mal zum Nachdenken angeregt haben. Und so bin ich dann eigentlich in meine Rolle gekommen. Bist du als OKR Champion eingestellt worden? Nee, ich bin als HR Manager. Oder was war eigentlich die ursprüngliche Rolle? HR Manager. Als HR Manager. Okay, also HR Richtung. Genau. Judith, wie war es bei dir? Ich hatte in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet hatte, schon mit OKR Berührungspunkte, nicht so intensiv, wie ich es jetzt habe, aber ich kannte eben das Framework, glaube ich, kann man so sagen, kannte ich schon und habe dann die Stelle gesehen, die ich eben jetzt auch innehabe, wo eben mit unter anderem drin stand, für OKR begeistert. Ich weiß nicht mal genau, was drin stand, aber es kam auf jeden Fall raus, es wird auch was mit OKR zu tun haben. Genau, und da habe ich gedacht, ach, das passt irgendwie ganz gut, habe mich dann darauf beworben und dann kristallisierte sich erst so ein bisschen langsam raus. Es geht darum, OKRs ganz grundlegend einzuführen. Ja, was dann auf jeden Fall auch ein bisschen größeres Thema war, als ich es am Anfang so ein bisschen gedacht hätte. Das heißt, die OKR Champion Rolle war jetzt nicht von vornherein klar, dass es auf die hinauslaufen würde. Das hätte ich zu dem Zeitpunkt auch noch, glaube ich, nicht so ganz verstanden gehabt, was das denn alles dann bedeutet. Das kristallisierte sich dann so ein bisschen im Prozess raus. Okay, wir wollen OKRs einführen, was müssen wir denn dann tun? Wen braucht es denn dann? Das war lange klar, dass ich das irgendwie mache, bis wir es dann aber irgendwann auch OKR Champion genannt haben. Das hat ein bisschen gedauert. Ja, über die Inhalte tauschen wir uns gleich nachher nochmal ein bisschen aus und die Aufwände. Ich muss schon ein bisschen schmunzeln, aber da kommen wir gleich später nochmal dazu. Marco, bei dir, wie bist du dazu gekommen, dass du auf einmal dann, hey, unser OKR Champion, mach das mal? Ich muss ehrlich sein, vor fünf Monaten oder vielleicht sechs Monaten wusste ich nicht mal, was OKR eigentlich heißt. Ich war wirklich in Forschung tätig und dann, wir wollten OKRs einführen in unsere Firma und wir haben zuerst nach jemandem außerhalb der Firma gesucht und dann, das hat nicht geklappt. Deswegen hat man dann sozusagen kurzfristig nach einer internen Lösung gesucht und die haben dann mir gefragt, ob ich das machen möchte. Ich glaube, weil ich ziemlich gut am Koordinieren mit unterschiedlichen Abteilungen war und dann habe ich mich eingelesen und habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass es sehr spannend ist und das ist auch, wegen was Lisa gesagt hat, wirklich ein spannendes Thema und etwas, das uns auch viel bringen könnte, genau für diese Projekte, dass man immer startet und nie endet. Und genau, deswegen dann habe ich die OKR Ausbildung bei Murakami fertig gemacht und dann zusammen mit Matthias habe ich wirklich dann auch die Biognose geholfen und Murakami geholfen, den OKR System einzuführen. Und ich war am Anfang so 60% noch in Forschung tätig, aber seit Anfang März, ich bin jetzt als Chief of Staff, so ich arbeite zusammen mit unserem CEO Oliver, um ihm wirklich 100% zu helfen mit OKRs, aber so auch strategisch und mit den Diskussionen mit den unterschiedlichen Investoren. Ja, vielleicht bleiben wir da gleich mal. Also die Rolle OKR Champion, Aufwände, Inhalte und so weiter. Du hast es ja schon jetzt ein bisschen so anklingen lassen, Marco. Das ist ja jetzt fast bei dir, wenn ich es so richtig verstehe, fast ein Fulltime-Job. Zumindest jetzt in dieser Einführungszeit, ne? Genau, es war vielleicht geplant bei 40%, aber tatsächlich in die Phase, in die Planungsphase und Rollout-Phase war dann wirklich 100%. Dann vielleicht gab es einen Monat, wo man fast nichts für die OKRs gemacht hat. Das war auch sozusagen ein Problem, weil man muss sozusagen immer dranbleiben, am meisten mal am Anfang, um sicherzustellen, sozusagen, dass Sachen auch geschehen. Genau, deswegen, ich fand es auch sehr schwierig, diese 60-40, die zwei Tätigkeiten zusammenzuführen und beide wirklich gut dran zu tun. Deswegen, ich finde die Lösung, dass man 100% das auch tun kann, auch eigentlich eine bessere Lösung, schlussendlich. Also du hast es ja schon angesprochen, du bist quasi auf den Leuten hinterhergelaufen, hast geguckt, dass der Prozess quasi läuft, weil, ja, OKRs formulieren oder so oder Workshops moderieren, das hattest du ja schon gesagt, Lisa, das ist ja so eine Sache, das andere ist ja immer auch, dass ja das gelebt wird, auch im Alltag, während diesen Quartalen oder OKR-Zyklen. Wie geht es denn da den anderen? Also, Lisa, du wurdest ja eben eigentlich als HR-Managerin eingestellt. Du hast dann die Rolle der OKR-Champion angenommen. Wie ist denn das bei dir mit den Aufwänden und so generell so, ja, als OKR-Champion? Ist das so aufgegangen, wie du das vorgestellt hast? Oder war es mehr oder weniger? Also am Anfang in der Einführungsphase war es natürlich schon sehr, sehr viel, was ich da an Zeit auch reingesteckt habe und teilweise auch wirklich den Leuten hinterherrennen musste und immer wieder auf die Finger klopfen. Klar, die waren das natürlich einfach nicht gewohnt. In der Zwischenzeit hat es sich aber ganz gut eingependelt. Man muss aber dazu sagen, mein großer Vorteil ist bei uns, ich sitze bei uns mit im Management und kann dann, wenn wir dann unser OKR-Management-Meeting haben, ich schaffe es Gott sei Dank ganz gut, dann auch mal in die Rolle des OKR-Champions zu schlüpfen und wieder sagen, hey Leute, bitte haltet euch an die Agenda, weil sie dann doch ab und zu mal abdriften und dann wieder über ganz andere Themen sprechen, die absolut jetzt nichts im Termin zu suchen haben. Und ich schaue schon auch, dass ich ab und zu mal in Termine von anderen Abteilungen reingehe, auch mal bei einem Team-Lead in das Meeting mit reingehe. Aber das funktioniert natürlich auch deswegen ganz gut, weil wir eben nur 45 Mitarbeiter sind. Also würde ich jetzt im HR-Bereich ein Unternehmen mit 200 Leuten betreuen und noch OKR-Champion sein, weiß ich nicht, ob es so gut funktionieren würde. Und die anderen Führungskräfte im Management, die können das auch super unterscheiden. Also wenn du in die Rolle OKR-Champion wieder reinschliffst und dann wieder quasi die HR-Managerin bist, hast du da einen Trick? Veränderst du die Stimme? Ziehst du einen Hut auf? Ja, ich schaffe es ganz gut, dann sehr ernst zu werden und dann wissen sie, oh, jetzt. Ah, gut. Jetzt bist du OKR-Champion. Okay, ach cool. Judith, bei dir, wie war das dann so? Also ich glaube, zur Einführungszeit, da war es schon auch fast ein Vollzeitjob. Also da habe ich nicht viel anderes gemacht, außer OKRs einführen. Ich würde mal sagen, so die ersten ein, zwei Quartale, klar, so ein bisschen was nebenbei war da bestimmt noch dabei, aber es war schon hauptsächlich OKRs. Und ich muss sagen, das wird mir gerade auch so klar, dass in dem Thema auch eins, glaube ich, meiner größten Learnings der letzten zwei Jahre auch drinsteckt, dass je besser es lief und es etablierte sich immer mehr, desto mehr andere Themen habe ich dann auch wieder irgendwann angefangen. Und weil der Prozess lief, so wie er war. Und ich glaube, ich würde bei einer zweiten Einführung darauf achten, dass es, glaube ich, immer, immer, immer mindestens, ich weiß es nicht, vielleicht 30, 40 Prozent einer Rolle sein sollte, wirklich OKRs zu betreuen. Weil ich glaube, in dem Prozess oder in dem Framework steckt so viel Potenzial drin. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen den Fehler gemacht, uns irgendwann zurückzulehnen und zu sagen, jetzt läuft der Prozess ja, das passt ja. So wäre es, ist er ja gut. Und haben so ein bisschen außer Augen verloren, wie viel mehr wir damit noch hätten erreichen können. Und wie viel sich eingeschlichen hat, wo wir am Anfang viel mehr darauf geachtet haben, wirklich auch in Formulierungsarbeit und hier noch eine Schleife. Und das Key Result kann aber noch einen Ticken konkreter sein. Und ich glaube, das ist so was, was so ein bisschen, ich habe schleifen lassen einfach auch, weil zu viel anderes dann doch wieder auch noch in meine Rolle dazugekommen ist. Das fällt mir gerade so auf, wo ich merke, ah, vielleicht lag es auch daran, dass der Prozess so ein bisschen auch nicht stehen geblieben ist, aber eben sich nicht mehr in dem Tempo weiterentwickelt hat, wie natürlich am Anfang, als wir es eingeführt haben. Ja, du hast schon auch wieder mir eine super Vorlage gegeben. Das wäre jetzt nämlich mal so die nächste Frage, die mich so brennt bei euch interessieren würde. Die OKR-Einführung selber. Also eine Sache war ja eben, dass ihr als OKR-Champion dabei seid. Du hast es ja schon ein bisschen anklingen lassen, Judith, glaube ich, dieses OKR-Champion, einen dieser Schlüssel, also dass es halt jemanden geben sollte, der sich da halt auch eben intern voll darum kümmert. Habe ich dich da richtig verstanden? Oder der dann auch die Zeit dafür bekommt? Ja. Gibt es da noch andere Schlüsselfaktoren oder so Learnings, wo ihr jetzt sagen würdet, hey, wenn wir jetzt als Unternehmen OKRs einführen, so haben wir es eingeführt. Und das war unser Learning. Was sind noch die Schlüssellearnings? Vielleicht noch bei den anderen oder generell Judith, du vielleicht auch nochmal, aber ich fange jetzt mal bei Lisa vielleicht an. Was sind denn so deine Schlüsselerlebnisse gewesen oder jetzt deine Schlüssellearnings, wo du jetzt sagen würdest, hey, wenn jetzt jemand OKRs einführt, auf was sollte man achten? Oder was haben wir gut gemacht? Was lief nicht so gut? Was würdest du gerne dieser Person weitergeben? Bei einer guten Flasche Wein zum Beispiel. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man OKR einführt, dann bitte richtig. Also man kann ja mittlerweile auch wirklich sehr viel googeln. Und ich habe auch schon, also ich habe sehr viele auch Bekannte im HR-Bereich, die sich dann auch mit solchen Themen beschäftigen. Und da kamen nicht erst einmal so, ja, wir haben gegoogelt und vielleicht testen wir das auch mal. Und ich würde immer sagen, auf gar keinen Fall. Also wenn OKR eingeführt werden, dann bitte richtig. Und wir haben auch wirklich, wir mussten nochmal einen Step back und erstmal auch Unternehmensvision und Mission erarbeiten, bevor wir dann wirklich OKR einführen konnten. Und haben dann aber wirklich die ersten zwei Zyklen, hat komplett unser OKR-Coach, also mit dem wir es eingeführt haben, dann auch durchmoderiert. Und dann war eigentlich schon geplant, dass ich im dritten Zyklus dann den kompletten Workshop übernehme. Und ich selber war aber irgendwie noch gar nicht so weit. Also jetzt weniger darum, dass ich mir das nicht zugetraut hätte, auch die ganze Moderation zu übernehmen, sondern weil wir schon ein sehr diskutierfreudiger Haufen sind, sage ich mal. Und sich da teilweise komplett verstrickt wurde dann auch, das ist jetzt ein Evergreen und hier die Metrik falsch. Und dann haben wir auch gesagt, hey, nee, wir nehmen uns jetzt nochmal einen Zyklus raus, wo er uns nochmal unterstützt und vor allem mich als OKR-Champion auch unterstützt und mir dann auch nochmal Feedback gibt, dass ich dann einfach auch komplett sicher bin, wenn ich dann den ersten Workshop auch alleine modere. Und ich glaube, das war wirklich wichtig, sich da auch die Zeit zu nehmen und das wirklich einfach richtig zu machen und nicht sagen so, ah nee, jetzt hatten wir ja zweimal den geführten Workshop, jetzt schaffen wir es schon alleine, wenn der Champion noch nicht so weit ist. Okay, du hast so im Nebensatz quasi oder ganz kurz sowas angesprochen, Vision, Mission mussten wir auch noch oder haben wir auch nochmal für uns definiert. Kannst du vielleicht für jemanden, der sich das jetzt nicht so ganz den Zusammenhang vielleicht versteht, ganz kurz beleuchten, was eure Motivation dahinter war? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich passiert, bevor ich angefangen habe. Okay. Es war aber so, also unser Unternehmen hatte keine Unternehmensvision und Mission. Also das gab es einfach nicht. Also das Ziel war immer, ja wir müssen halt Umsatz machen. Ja und wieso? Also was treibt uns denn täglich an in unserer Arbeit? Also wir müssen ja wissen, was unser ganz großes übergeordnetes Ziel ist, um zu wissen, was wir mit unseren OKRs auch erreichen wollen. Ja, sonst hängt das so ein bisschen in dem luftleeren Raum, ne? Genau. Also wenn man das da drüber nicht hat, dieses Dach, das war die Motivation. Okay, cool. Genau. Wie ging es denn anderen? Ich fange mal an, ich musste mir gerade schon ein kleines Zettelchen schreiben, weil mir so viel durch den Kopf ging, wo ich dachte, das würde ich alles jemandem mitgeben. Ich versuche mal, das jetzt kurz zu fassen. Ja, super. Ich finde das, was Lisa gerade gesagt hat, super spannend. Das ist auch eine von unseren Herausforderungen, die wir gerade aktuell, würde ich sagen, auch haben. Also so ein bisschen nochmal wirklich zu gucken, OKR, Einbettung in andere Unternehmensprozesse. Also welche Rolle spielt die Unternehmensstrategie? Welche die Mission, die Vision? Wir hatten das alles so, das stand alles schön, stand irgendwo alles sehr schön formuliert. Und trotzdem ist das was, was wirklich Zeit auch braucht zu gucken, wie fügt sich OKR da jetzt ein? Also was übersetzt OKR weiter, obwohl wir dachten, wir haben noch eine prima Unternehmensstrategie, kamen wir innerhalb des OKR-Prozesses da dran, dass eigentlich unsere Unternehmensstrategie gar nicht konkret genug ist und gar nicht so wirklich das ist, was wir brauchen, um gut mit OKRs arbeiten zu können. Womit wir nie gerechnet hätten, dass uns das im OKR-Prozess begegnet, dass eigentlich da drumherum auch vieles unklar ist. Das fand ich gerade super spannend, das irgendwie da auch nochmal so dieses Thema zu hören und zu denken, ja ja stimmt, das gibt es bei uns auch. Das macht viele Dinge transparent, die man vorher gar nicht gerne transparent gemacht hätte. Voll, ganz, also absolut. Auch was so das Thema Kommunikation angeht, wer auf einmal mit wem sprechen muss, wo vielleicht vorher nicht so viel miteinander gesprochen wurde und da muss aber miteinander irgendwie gesprochen werden, auch was, was ganz oft uns begegnet ist. Wer muss eben mit wem eigentlich diese Ziele abstimmen? Ich glaube, ansonsten würde ich vielleicht gerade so ein bisschen das nochmal trennen. Wir haben am Anfang eigentlich gekommen von der OKR-Champion-Rolle und da finde ich es einfach so super wichtig, dass es da, glaube ich, unfassbar wichtig ist, dass es da eine Person gibt oder zwei, die wirklich verantwortlich für das Thema sind. Ich glaube, das funktioniert sonst wirklich nicht und ich glaube, es ist auch echt wichtig, gut, das gilt wahrscheinlich nicht für alle rollen, aber dass es auch jemand ist, der wirklich Lust hat, sich damit zu befassen, weil ich finde, das OKR-Framework, das bringt zwar einiges mit, aber am Ende muss man es trotzdem für sich und seine Organisation immer nochmal individuell beantworten und gucken, was bedeutet das jetzt für uns und unsere Prozesse, so wie wir strukturiert sind. Da kann man sich zwar immer auch externe Hilfe holen, aber ich glaube, es macht schon Sinn, wenn da jemand dann auch für das Thema intern verantwortlich ist, der Lust hat, sich da auch mit ein bisschen Kreativität auseinanderzusetzen und zu gucken, wie könnte dieser Prozess das für uns funktionieren und da eben auch die Antworten zu suchen und das auch zu verproben. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig, damit das Thema läuft, dass da wirklich jemand sitzt, der sagt, ich will, dass OKR hier läuft und ich überlege mir im Zweifel auch selber in meiner Kammer und probiere das dann aus, wie das auch aussehen kann. Das finde ich für die Rolle nochmal super wichtig. Was würdet ihr denn, was habt ihr, also OKR ist ja auch Menschenarbeit, also eben Führungskräfte oder Leute, Entscheidungsträger, die OKRs, Ziele für sich definieren und entsprechende Key Results definieren und das dann halt versuchen zu erreichen. Eure Aufgabe ist ja auch, also als OKR-Champion hat ihr gesagt, nachzuhaken, aber auch den Leuten unter Umständen auch bei der Formulierung, ich sage jetzt mal ganz bewusst, zu helfen, weil ich glaube, das ist ja auch bei vielen, gab es bei euch dieses Missverständnis, sage ich jetzt mal, dass, ach ja, ich schreibe jetzt hier mal was zusammen und der OKR-Champion wird mir dann schon irgendwie so mein OKR fertig backen, dass ich dann das irgendwie so, dass ich das dann im nächsten Quartal irgendwie dann einfach ausführe und dann gehe ich wieder zu ihm. Ich sehe euch ein bisschen grinsen, wer mag anfangen, gab es da so Situationen? Ja, vielleicht. Also ohne natürlich Namen zu nennen, aber das, ja. Ja, ich glaube, das ist, es passiert immer ab und zu, dass das so kommt. Die kommen vielleicht mit einer Idee und dann sagen, oh, was würdest du da sagen, was würdest du da so formulieren, wie würdest das du da besser machen? Und da ist, zurück zu deiner vorherigen Frage eigentlich, so, was ist wirklich wichtig, um eine gute OKR-Einführung zu haben und das auch dann wirklich passiert. Ich glaube, das wirklich Wichtigste ist, dass das Management oder mindestens den CEO wirklich begeistert ist von dem System und dazu dann, der OKR-Champion muss dann dem CEO dann wirklich da helfen, aber ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, weil es viel Arbeit, am meisten, wenn man das einführt, es bringt so viel mehr Arbeit, das man vorher nicht hatte, man bringt es mehr, mehr Friction sozusagen, mehr Spannung zwischen Leuten, weil ich hierhin gesagt habe, Leute, die vorher nicht miteinander gesprochen haben, müssen jetzt miteinander sprechen und miteinander zustimmen, was wir jetzt tun zusammen und das bringt dann zu Spannungen, die man dann auch sieglich neu sozusagen anfeuert, weil man hat diesen Zyklus, wir haben das jede vier Monate und das ist dann schlussendlich wirklich wichtig, dass der Management sagt, nee, das System ist gut, wir setzen das durch, er soll tun, was den OKR-Champion sozusagen sagt oder was er so empfiehlt. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, weil man kann den besten OKR-Champion haben, aber wenn der CEO denkt, oh, das ist wirklich viel Arbeit, das zählt sich nicht aus, soll man nicht tun oder minimieren den Zeitaufwand, das man da reinsteckt, dann ist es bound to fail sozusagen, es wird wirklich nichts damit. Also dieses Empowerment, auch vom CEO-Geschäftsführung oder wer da immer quasi an der Spitze sitzt, dann letztendlich auch als Entscheidungstheorie oder als Tagiererin, das würdest du als einer der Schlüsselfaktoren auch sehen an der Stelle. Genau. Ich sehe auch so Nicken bei den anderen. Genau, ja. Ja, ich musste tatsächlich sehr schmunzeln, um nämlich nochmal das Thema aufzugreifen, gerade mit, naja, der OKR-Champion wird uns das dann schon formulieren. Wir hatten tatsächlich, ich glaube, es war im dritten Zyklus, also sehr, sehr weit vorne, eine Situation und im Endeffekt war die super wichtig für uns, weil ich immer kommuniziert habe, auch in der Vorbereitung, sagen, eure Sets müssen ausgeschrieben sein, ausformuliert, keine Stichpunkte in den Sets. Ich habe 27 Mal gesagt, auch an die Person, die dann unser Company Set gemacht hat und am Abend vorher habe ich auch nochmal reingeschaut und das war alles fein säuberlich und dann sind wir in den Workshop gekommen und im Company Set waren plötzlich fünf O's und dann noch drei weitere Post-its mit drei Schlagworten, weil die Ideen ihm irgendwie noch kamen nachts, was natürlich dazu geführt hat, dass wir uns in endlosen Diskussionen verstrickt haben, zu keinem guten Ergebnis gekommen sind, weil natürlich der Fokus nicht da war und auch diese Stichpunkte, also da stand dann Nachhaltigkeit oder weiß ich nicht, also Riesenbegriffe und im Endeffekt war das aber sehr, sehr wichtig für uns, weil wir so gemerkt haben, wenn eben die Themen nicht richtig vorbereitet sind und ich nicht weiß, egal ob auf Company oder auf Abteilungsebene, was jetzt meine fünf Ziele sind, mit denen ich ins Rennen gehe, dann eskaliert der ganze Workshop, sage ich mal, also für uns war das sehr, sehr wichtig tatsächlich dann auch mal so ein Learning zu machen, was dann eben passiert, wenn dann auch mein Set nicht richtig vorbereitet ist. Ja, manchmal lernt man nur aus der Erfahrung und was ich da auch mitnehme aus deiner Geschichte eben, OKR ist Teamsport, wenn einer sich nicht gescheit trainiert oder vorbereitet, dann leiden alle anderen drunter. Judith, hast du noch Sachen aus dem Nähkästchen, aus deiner langjährigen Erfahrung zu erzählen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde auch gerade so ein bisschen, muss auf jeden Fall schmunzeln, weil wir natürlich an gefühlt bei jedem Zykluswechsel, also immer, wenn ein neues Quartal anfing, ist uns irgendwas in die Richtung wieder begegnet, was davor das Quartal nicht so gut geklappt hat. Das haben wir dann korrigiert zu diesem Quartal und dafür kam irgendwas anderes dann hoch. Also was ich nicht so sehr hatte, war eben, dass ich so oft angefragt wurde im Sinne von hier, Judith, komm bitte dazu, formulier du bitte mal unser Set. Das nicht so oft eher die Herausforderung dann, dass die Sets dann fertig waren und dann hier, guck mal Judith, wir haben ein ganz tolles OKR-Set formuliert und ich dann eher manchmal dachte, ja, ich weiß nicht, also weil wir ganz arg die Herausforderung haben, zu trennen, in was ist die Beschreibung unserer Aktivität und was ist das Ergebnis, worauf wir hinarbeiten wollen. Das ist auch was, was uns bis heute unfassbar schwerfällt, also das ist wirklich bis heute so in manchen Abteilungssets, wenn ich reingucke und denke, das ist doch immer noch eine Aktivität und kein Ergebnis. Also das habe ich das Gefühl, das ist eher die Herausforderung da gewesen, dann wirklich über die lange Zeit immer wieder diejenige zu sein, die es halt piekst und wieder sagt, passt immer noch nicht so ganz von der Formulierung und drei Monate später wieder zu sagen, und auch das passt nicht von der Formulierung. Das ist manchmal so ein bisschen undankbar gewesen, fand ich, und ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen der menschliche Teil, den man da in der Rolle einfach mit leisten muss, das einfach selber auch durchzustehen, zu sagen, es tut mir ja leid, ich weiß, ihr bemüht euch ganz doll, aber da müssen wir trotzdem nochmal ran und da eben auch nicht, ja, das nicht zu verlieren und dann irgendwann durchgehen zu lassen, sondern wirklich auch beizubleiben und zu sagen, nee, und wir wissen, das ist unser Thema und da müssen wir auch leider jedes Quartal wieder sehr, sehr drauf achten. Ja, du hast eben die Hartnäckigkeit des OKR Champions, kommen wir gleich noch auf die Ratschläge zu den OKR Champions zurück, weil das ist ja auch nochmal was, warum sich auch vielleicht Leute eben dieses Video dann letztendlich angucken, unsere Runde hier, die ich übrigens sehr genieße, vielen Dank für eure Offenheit auch. Vielleicht nochmal kurz das zu beleuchten, du hast es schon mal so ein bisschen anklingen lassen, Ergebnisse, was hinten rauskommen soll, also warum fällt das den Leuten oder was ist denn da so schwierig dran? Vielleicht nochmal, also warum denken Leute oder brauchen da Leute so sehr Hilfe und warum müsst ihr da so guten OKR Champions haben? Vielleicht einfach auch mal so Hypothesen aufstellen aus eurer Erfahrung heraus, also was ist das genau, was da so schwierig ist? Ich glaube, ich würde voll gerne starten, weil mir genau da ein Gedanke gerade so durch den Kopf geht. Ja, mach gerne. Weil ich glaube, dass ein Ergebnis viel mehr Verbindlichkeit beinhaltet als ein To-Do. Also ich glaube, es ist viel leichter zu sagen, ich mache das und das, als ich will das und das erreichen, weil dieses, das, was ich erreicht haben will, glaube ich, rein vom individuellen Gefühl her mehr Verbindlichkeit beinhaltet, als das, ich habe es doch gemacht und eben so, ich habe mich doch so bemüht, also ich habe zwar nichts erreicht, aber ich war doch so fleißig, ich habe doch wirklich alles gegeben. Es ist zwar nichts fertig geworden oder nichts hat sich verändert, aber ich habe doch wirklich alles getan, was in meinem, in meinem Möglichkeitsbereich irgendwie war und ich glaube, das ist einfach auch was super, super Menschliches, dass wir da, glaube ich, alle so uns schwer damit tun, aus der Angst heraus, was passiert denn, wenn ich es nicht erreicht habe und das war eben bei uns auch ganz oft die Argumentation, dann zu sagen, dann formuliere ich doch lieber das, was ich aktiv beeinflussen kann. Das schreibe ich da als Key Result rein, weil das ist das, was ich tue. Darauf kann ich mich auch ganz klar committen. Das Ergebnis hingegen, da weiß ich ja gar nicht, zu 100 Prozent schaffe ich das und was, wenn nicht und deswegen tue ich mich da ein bisschen schwerer mit, das vielleicht zu formulieren und ich glaube, das ist so dieses Zusammenspiel aus so ein bisschen Angst, vielleicht was passiert, dann, weil es eben auch leichter ist, einfach zu sagen, was ich tue und nicht so sehr das Ergebnis in den Vordergrund stellen. Ich glaube, da kommt vieles zusammen und ich glaube, das ist ein super wichtiger Lernprozess für die Gesamtorganisation, aber eben auch nicht nur, sondern auch ganz, ganz viel auf individueller Ebene, wo OKR einfach das eben auch so ein bisschen antriggert und das ist was, was mir vorher auch nicht klar war, inwieviel OKR auch individuelles Learning ist und nicht nur Organisationslernen. Ja und das klingt ja auch so, OKR ist ja nicht nur eine Sache, sondern so mit Scheitern lernen umzugehen, wenn das dann halt so klar da steht. Was sind denn eure Gedanken dazu? Marco, du hast gerade schon angefangen. Ja, ich fand das ganz spannend, was ich viel zu hören kriege, wenn Leute so QRs aufstellen, schreiben, ist, das ist außerhalb einer Kontrolle, deswegen will ich das nicht als ein Key Result haben und ich finde das genau das Spannendeste, weil es ist genau was man will. Es soll etwas außerhalb deiner Kontrolle sein, so dass man wirklich sich bemüht, dass man so den Ereignis hat, dass man wirklich will und das bringt auch wirklich, dass die Abteilungen miteinander sprechen müssen und sich absprechen, um wirklich das zu erreichen. Deswegen ist genau so wichtig die Rolle von OKR Champion, dass man wirklich diese Mentalität beibringt und man sicherstellt, dass man wirklich nicht die Bemühungen aufschreibt, aber wirklich was der Ereignis ist und am besten ein Ereignis, das eigentlich nicht direkt du kontrollieren kannst, weil nur dann, man stellt sich wirklich sicher, dass es auch zufrieden ist am Ende des Zyklus, dass man hat etwas geschafft. Also so quasi als Mutmacher, so für den No-Brainer-Sachen und den To-Dos, ein bisschen hin zum, das ist jetzt ein bisschen herausfordernd, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich kriege es jetzt, wir probieren es jetzt einfach mal, das auch da, den Leuten zu helfen. Wie sieht es bei dir aus, Lisa? Ja, also ich glaube tatsächlich, so ein ganz großes Thema ist einfach dieses, also ich hatte schon oft das Gefühl, wenn ich danach immer gefragt habe, aber was wollt ihr denn? Also, dass meine Führungskräfte zwar ganz viele Steps, also To-Dos haben, die sie jetzt irgendwie machen wollen, das, was auch in ihrer Macht liegt, was sie jetzt quasi heute anfangen können und sie wissen, irgendwie in zwei Wochen ist es dann erledigt, aber was dann wirklich am Ende auch der gewünschte Endzustand ist, da haben sie sich wahnsinnig schwer damit getan, das einfach auch auszusprechen, also einfach mal dieses auszusprechen, ich will XY. Also, ich weiß, woran, also woran es wirklich liegt oder lag, ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon auch vorstellen, das geht so in die, ich glaube in die Richtung auch was, was Judith gesagt hat, so wirklich so dieses, auch dieses Commitment dafür, ich stehe jetzt da dafür ein und ich weiß vielleicht auch noch gar nicht, welche ganzen To-Dos da dahinter stecken, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig für manche. Ja, ja, in dieses Mindset reinzukommen. Was würdet ihr denn einem, jemanden raten, der jetzt OKR, also, der sich überlegt jetzt zum Beispiel OKR Champion zu werden oder quasi so wie du schon im Einstellungsgespräch gesagt wurde, hey, du machst jetzt OKR Champion. Wir haben das ja vorhin beleuchtet ein bisschen Unternehmen, Einführung OKR, was sind so die Schlüsselsachen für ein Unternehmen, worauf sollten sie achten? Jetzt als Person, ihr selber, wenn ihr jetzt quasi so in eurer Gilde der OKR Champions ein neues Mitglied habt und die fragt euch nach eurem Rat, was würdet ihr der Person sagen? Was würdet ihr mitgeben wollen? Und was sind das, vielleicht auch eure Erfahrungen, eure Learnings, dass vielleicht gewisse Dinge einfacher funktionieren? Ich vermeide jetzt mal bewusst Fehler, sondern einfach, das Lernen steht ja immer im Vordergrund, auch bei dem Ganzen, was würdet ihr der Person raten und mitgeben? Ja, Judith, hast du was? Klar. Genau, ich könnte also gerne starten. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, was ich eben schon gesagt habe, also der Person wirklich mitgeben, überlege dir gut, hast du Bock auf dieses Framework? Also ist es was, wo du wirklich Lust drauf hast, dich damit zu befassen, dich damit auseinanderzusetzen und damit auch zu arbeiten, damit auch zu arbeiten, weil das OKR gibt nicht Antworten auf alles. Also es werden Fragen im Prozess hochkommen, die du in keinem Buch nachgucken kannst. So, du kannst ein Externes anrufen, wenn du das aber nicht möchtest, sondern eben auch selber vielleicht für Sachen einstehst, dann überlege dir, hast du Lust, dich damit auseinanderzusetzen, wie das Framework aussehen kann, wie das mit anderen Unternehmensprozessen funktionieren kann, weil es wird Dinge geben, die dir keiner beantworten kann, die du dann in deiner Verantwortung als Champion selber herausfinden musst. Und ich glaube, das würde ich der Person echt mitgeben, überlege, hast du darauf Lust? Ja, Jude, ganz kurz, was denn für Punkte, welche Punkte waren das bei dir? Du hast ja gesagt, wenn die Punkte und das OKR-Framework dir gefällt und so weiter, was waren bei dir die Punkte, wo du das dann festgemacht hast, dass es dir gefällt und dass du diesen Job machen möchtest? Ein Beispiel, also meinst du, ich bin mir gar nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst. Also von den inhaltlichen Herausforderungen? Ja, also du hast ja gesagt, man muss sich ja wirklich überlegen, ob man Lust hat auf dieses OKR-Framework. Und vielleicht auch nochmal so von deiner, also wo waren denn diese Punkte in dem OKR-Framework, wo du dann gesagt hast, ja, ich habe Lust darauf und ich habe Lust, auch dann OKR-Champion zu sein. Das fordert mich heraus oder das finde ich jetzt spannend und deswegen mache ich diesen Job letztendlich, wie du es ja jetzt auch machst, mit Herzblut über zwei Jahre lang. Na, was waren da am Anfang diese Punkte? Ich glaube so, dass es auch da unterschiedlich ist. Viel war vor allen Dingen dieses, es berührt irgendwie alles und es steuert auch alles mit. Also ich glaube, dass man mit OKR schon ein wirklich, wirklich gutes Steuerungstool hat, um eine gesamte Organisation zu steuern. Also nicht im Sinne von, dass ich das tue, ganz sicher nicht. Aber eben den Menschen das Handwerk in die Hand zu geben, wirklich zu sagen, wenn wir das nutzen, dann können wir mit unserer Organisation wirklich gemeinsam in eine Richtung gehen. Es berührt alles, also es ist eben auch so allumfassend und ich glaube, das war was, was mich total angesprochen hat, dieses einen Prozess zu gestalten und eben den Weg herauszufinden. Also auch das ist was, was mich total angesprochen hat, eben nicht nur zu sagen, hier ist mein Prozess, der ist komplett durchdekliniert und ich muss ihn nur einführen. Das hätte ich, glaube ich, gesagt, das ist mir ein bisschen wenig, sondern eben genau da das Mittelmaß aus, ich habe hier den Prozess, der ist formuliert, den gibt es irgendwie, ich habe hier die Organisation und die Brücke muss ich bauen und die wollte ich eben bauen. Also eben da auch die Chance zu haben, zu sagen, und das gestalte ich jetzt mal komplett so, wie ich glaube, dass das sinnvoll ist, weil ich glaube, dass wir damit als Organisation echt einen riesen, riesen Schritt nach vorne machen können. Das ist, glaube ich, so der Glaube daran, dass OKR einfach wirklich ein gutes, gutes Tool ist und das war das, was mich so angesprochen hat. Ja, Brücke bauen, das fand ich gerade sehr cool. Okay. So, und, 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 ihr habt schon mal so ein bisschen angesprochen, Hartnächtigkeit und so weiter. Gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, Judith, das würde ich gerne dem mitgeben, dass du einen richtigen Eindruck davon hast und was auch wichtig ist, als OKR-Champion zu tun oder auch zu sein und vielleicht auch an sich selber zu arbeiten? Ja, was ich immer wieder zum Tool auch so mitgebe, OKR ist kein Happiness-Tool. Also, es wird sehr viele Menschen geben, die das ganz blöd finden und da vielleicht nicht so Lust drauf haben und da sich einfach im Klaren drüber sein, dass es aber eben trotzdem meine Rolle ist, zu sagen, ja, wir machen es trotzdem. Also, ich weiß, du findest es vielleicht nicht so cool und das ist auch total okay, du musst es nicht cool finden, aber mach es bitte trotzdem. Und das, also damit eben umzugehen, das kann herausfordernd sein und ich glaube, da habe ich wirklich in der Organisation, wo ich bin, unfassbar viel Glück schon gehabt, weil die Akzeptanz von vornherein einfach super, super groß war. Ich glaube aber, das kann in anderen Organisationen auch ganz anders aussehen mit dem Gegenwind und das muss einem, glaube ich, klar sein, dass einem da schon viel begegnen wird, gerade wenn die Leute nicht so Lust haben und vielleicht auch das Thema Transparenz gar nicht so cool finden, dass man da wirklich viele Herausforderungen auch mithaben kann, und das einfach damit umzugehen. Marco? Ja, ich finde es ein sehr cooles Thema, genau wieso, wie wählt man ein guter OKR-Champion und was für Eigenschaften er braucht sozusagen. Ich bin mit Judith völlig einverstanden, man muss wirklich begeistert davon haben, weil man wird praktisch täglich gefragt, macht das wirklich Sinn oder man hinterfragt irgendeinen Schritt davon. Es gibt viele Schritte und die Fragen, wieso muss man das genauso tun? Es ist ja mühsam, man könnte es viel einfacher machen und deswegen, man muss wirklich so immer vorbereitet sein, den Framework und OKR nicht zu verteidigen, aber zu erklären und das mehrmals. man denkt, ich musste lachen, wenn Lisa hat gesagt, ich habe das 27 Mal gesagt, ich finde es lustig, dass es gezählt hat, aber ich finde, manche Sachen habe ich 100 Mal schon gesagt und es ist immer noch nicht 100 Prozent angekommen und ich werde das auch wahrscheinlich noch 1000 Mal wiederholen müssen. Aber genau deswegen, man muss wirklich glauben und begeistert sein von dem System und ich bin das wirklich auch und vielleicht zu, wieso ich das so toll finde. Ich finde, es ist wirklich ein gutes System, um wirklich Teamarbeit zu schaffen und ich glaube, das ist auch, was auch mich wirklich zugesprochen hat, ist, wie erreichen wir als Unternehmen, wir haben 100 Mitarbeitenden, dass wir wirklich zusammen als Unternehmen etwas schaffen, anstatt als kleine Teams, das vielleicht gegen einen anderen spielen und ich finde, dass wirklich der Grund, wieso ich OKR mag, ist wirklich, dass man schafft als Team wirklich etwas Größeres, weil wenn wir alle alleine etwas tun, wir werden nie so viel erreichen, wenn wir alle in die gleiche Richtung ziehen sozusagen. Ja, ja. Super. Lisa? Hast du noch was zu ergänzen? Ja, also ich würde auf jeden Fall den, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, was würde es mir denn mitgeben, wenn ich jetzt OKR-Champion werde, ich glaube auf jeden Fall, also das geht dann auch wieder in die Richtung, was Julie gesagt hat, zum einen, man muss schon, also man muss erst mal Bock drauf haben und dann schon auch am Ball bleiben. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das ist einfach ein riesen Change-Prozess. OKR ist nicht innerhalb von einem Zyklus eingeführt und man braucht da schon auch manchmal einen langen Atem. Also dann ist halt im vierten Zyklus wieder eine Metrik im Objective und dann darf man natürlich auch nicht ausrasten und sagen, ich habe es dir doch schon hundertmal erklärt, du Idiot, sondern nochmal erklären, da ruhig bleiben und wirklich am Ball bleiben, da einfach dann auch alle abzuholen, also man braucht da schon ab und zu einen langen Atem, aber der zahlt sich dann auch einfach aus. Ja, das ist gut zu wissen. Also wenn ich das mal nochmal so zusammenfassen darf, also auch dieses, was mir noch, also lange Atem, Hartnäckigkeit, aber so ist auch so bei euch angeklungen, so ein starkes Warum zu haben, immer wieder die Motivation, die Gründe dahinter zu erklären und nicht einfach zu sagen, naja, es ist halt so, sondern halt, okay, aber das sind die Gründe dahinter, gebetsmühlenartig, Wasser hüllt den Stein oder wie auch immer, genau diese Hartnäckigkeit dann auch zu haben. Vielleicht nochmal zum Abschluss, würde mich jetzt einfach mal interessieren, bereut ihr es, OKR Champion geworden zu sein? Also es darf auch ruhig ein bisschen differenzierter sein, deswegen frage ich es so ein bisschen vorsichtiger, weil, naja, ganz ehrlich, also, ich war ja selber mal OKR Champion, wie soll ich sagen, so ein klares, ja, natürlich, ne, ich, ganz ehrlich, weiß nicht, ob man das so hören könnte, so, so wie aus der Pistole geschossen, weil das ist schon sehr differenziert, man erlebt ja auch sehr viel. Deswegen darf eure Antwort natürlich, also auch ganz klar, ja oder nein sein, aber vielleicht auch gerne ein bisschen differenzierter. Wer mag anfangen? Bereut ihr es? Würdet ihr es nochmal machen? Also ich würde es tatsächlich sofort wieder machen. Ich muss aber auch wirklich fairerweise dazu sagen, ich habe einfach oder wirklich ein Management Team, das komplett geschlossen hinter der OKR Einführung stand und mit denen ich einfach sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann und die mir natürlich den Start als OKR Champion auch sehr, sehr leicht gemacht haben. Also mir wurde es nie übel genommen, auch wenn ich mal dem Geschäftsführer ins Wort gefallen bin, gesagt habe, Schluss, Ende der Diskussion jetzt. Also ich wusste genau, das hat keine Auswirkungen auf meinen Job oder auf irgendwas, was es mir natürlich sehr, sehr leicht gemacht hat. Also in meinem Unternehmen würde ich es immer wieder machen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es natürlich, wenn man nicht dieses geschlossene Management Team hinter sich hat, sehr, sehr schwer sein kann. Also wenn man da Leute hat, die natürlich gegen einen als OKR Champion kämpfen oder ankämpfen, stelle ich es mir schon auch schwierig vor. Ja, wenn du diese, wie du beschrieben hast, diese Sicherheitszone eigentlich nicht hast, diese psychologische, wo du sagst, hey, ich kann jetzt hier machen und das wird nicht auf mich zurückfallen, auf meinen Job, auf mein Umfeld, auf die Zeit danach, so ein bisschen dieses Las Vegas Thema, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Cool. Also du wirst es auf alle Fälle in dem Kontext, ja. Weil man muss schon dazu sagen, wir, also, ich will jetzt nicht sagen, wir streiten dann ab und zu oder mein Management Team streitet in den OKR Workshops, aber es wird sehr, sehr stark diskutiert und ich weiß aber, wenn wir dann am Ende des Tages rausgehen, wir haben ein Ergebnis gefunden und egal, wie hart auch ich als OKR Champion eingreifen musste teilweise, wir verlassen den Raum und ich bin wieder der HR Manager und es passt. Ich sehe hier so ein Nicken und Schmunzeln in der Runde. Ja, Marco, wie ist es bei dir? Bereust du es? Würdest du es nochmal machen? Nein, ich betreue das nicht. Ich würde es nochmal machen, auch weil schon mit den zwei Zyklen, eigentlich, wir haben nur ein Zyklus abgeschlossen, so eigentlich ganz, ganz frisch immer noch, aber ich könnte schon sehen, wie man viel mehr erreicht hat. Wir haben geschafft, in diese ein Zyklus Sachen, dass wir vielleicht in einem Jahr gebraucht hätten und dazu, man hatte die Klarheit und viel weniger im Gesamtsstress. Logischerweise, es war auch wahnsinnig viel Arbeit. Ich dachte, es wäre sozusagen, wenn die OKR Champion Rolle wäre einfacher, aber es war eigentlich viel, man musste sich viel persönlich einsetzen, viel erklären, viel Gang atmen. Das hatte ich nicht erwartet, so viel. Ja, ich bereue das nicht. Ich würde es nochmal machen, weil ich glaube, es ist wirklich eine gute Sache zu tun und wir brauchen das immer noch ganz viel. Vielen Dank. Judith? Ich überlege, wie ich es anfange, weil als du die Frage gestellt hast, habe ich gedacht, wie schön, mal einmal sagen zu können, ich bereue nichts. Und dann kam ich mit dem zweiten Satz. Alles gut, ich habe gedacht, das ist eigentlich trotzdem. Ich habe mich in ganz vielen, was Lisa gesagt hat, wiedererkannt. Ich würde es auf jeden Fall, wieder machen. Ich glaube, dass es natürlich auch sehr davon abhängt, in welchem Kontext passiert das Ganze. Aber auch so, wie ich es erlebt habe, mit super viel Rückenwind, also einfach, wo das Management ganz klar gesagt hat, wir wollen es einführen, das ist deine Aufgabe, Judith, du machst die Ansagen und wir machen das so, wie du uns das jetzt sagst. Wow. Also dieses Spielfeld zu haben, das ist natürlich was, was unfassbar cool war und richtig, richtig Bock gemacht hat. Und ich glaube aber, dass das eben auch mit der Grund ist, warum ich es nochmal machen würde, weil eben man, oder ich in dem Fall, das auch so ausleben durfte und einfach viel gestalten durfte. Und ich glaube, wenn man das hat, dass man sagt, die Organisation will das wirklich machen, wir sind bereit, da da auch die Konsequenzen von zu tragen, weil OKR wird ja was verändern. Das ist auf jeden Fall so und das muss halt allen klar sein. Aber wenn das da ist, dann glaube ich, kann man da so mega viel mit erreichen, dass ich es echt jederzeit nochmal machen würde, weil ähnlich auch das, was Marco gerade gesagt hatte, man sieht auch wirklich schnell die Ergebnisse und dann macht es unfassbar viel Spaß, finde ich, das zu treiben und wirklich zu sehen, so in jedem Zyklus werden wir auch immer besser. Also ja, ich würde es immer nochmal machen. Ja, großartig. Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort, und wir sind nämlich schon leider fast am Ende. Es bleibt mir letztendlich, oder ich wollte euch auf alle Fälle nochmal vielen, vielen Dank sagen für diese sehr offene, sehr ehrliche, spannende Runde. Toll, dass ihr dabei wart. Für mich nehme ich jetzt einfach mal mit, ich muss echt gestehen, jetzt so nach den knappen 54 Minuten, jetzt bin ich auch noch ein viel motivierter wie der OKR-Coach zu sein, eure Energie da auch zu spüren und eure Motivation, da was zu verändern in euren Unternehmen. Also herzlichen Dank für eure Zeit. Ich hoffe eben auch an die Zuschauer, es hat euch auch Spaß gemacht und ihr konntet einiges mitnehmen und wisst jetzt vielleicht ein bisschen mehr, was OKR-Champion ist und wie man auch gut OKRs in einem Unternehmen oder Organisation einführt. und ja, vielen Dank und bis bald!